Guten Morgen, heute am 28. Februar 2019. Es ist 8.29 Uhr. Wir haben 20 Grad keinen Wind. Jedenfalls nicht hier. An der Punta sieht es anders aus. Wir haben auch fast keine Wolken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 So und mit diesen Bildern verabschieden wir uns dann und natürlich auch vom Februar und sagen Hasta mañana. Bis morgen.